Da sind wir wieder. Bei Tentakel spielt. Wie haben wir letztes Mal aufgehört? Ich soll hier die Spiegel finden. Die Spiegelsplitter. Und hier laufen diese armen Irren hinter mir her. Letztes Mal musste ich hier aufhören. Vielleicht wenn ich schleiche. Vielleicht sehen wir nicht da noch. Wäre auch schlimm zu wissen wie viele Spiele und ob die nur im Bereich des Parks liegen oder ob die überall liegen. In einer halben Stadt. Ah, schönen Schluck Käffchen. Mittlerweile nur noch lauwarm. Was für Gestalten, Alter. Ja, wo sind die Spiegel? Da, ein Baum hat keiner, glaube ich. Das ist aber Licht. Ne, das ist aber Licht. Oh, Mann, Hilfe. Eduard. Och, das kann doch nicht sein. Unlütiges in die Länge gezogen. Ach, da war zu verstanden. Da stand ich mir zum Beispiel blöd. Ich denke mal, dass ich vielleicht wieder ins Haus muss. Weil das wäre ja... ich weiß es nicht. Licht an. Entschuldigung. Also, dieser schwarze Scheiß herumbild, das nervt ja ungemein. Ich habe noch keine Ahnung wo die Bude ist. Die hatte ja auf jeden Fall aus dem Fenster konnte sie... Mit dem Stuhl im Zimmer ja da... Mann, verschwindet auch. Ja, voll. Boah, da ist schon wieder so ein... Geistlicher da. Hinterhof, hinterhof, wir gehen hinterhof. Sind das nicht die Blöcke, wo ich vorher drin war? Wo gewesen? Oder eher diese. Ich kann mir sowas immer nicht merken. Spiegelsplitter sehe ich ja auch nicht. Vielleicht dein Mühl. Aber das wäre ja der blanke Hohn, wenn sie diese blöden Splitter wirklich über die ganze Karte hier verteilen. Da suchst du ja in drei Jahren noch. Schatz, 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 Schatz. Schatz, Schatz, Schatz. Ahhhh. Ah, Schatz. Vorhin war keine Sau hier in der Stadt, und jetzt renne ich über diese... Zombies. Mal ja. Das waren noch die Häuser da. Scheiße, Scheiße. Lauf, 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 lauf. Lauf mal hier einmal rum. Dann müssten wir eigentlich zu der anderen Bude kommen. Die wird wahrscheinlich auch zu sein. Aber wir probieren das einfach mal. Was war das? Spielen? Splitter? Nein. Oh, die Tür ist ja geoffen. Das ist doch sehr gut. Vielleicht kommen wir da oben durch die Tür. Komm, 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 komm rein da. Zumachen geht nicht. Was ist das denn? Alter, bleibt mir schon leid. Entschuldigung. Gehen wir noch zu? So, da brennt die Botze da drüben, oder? Ja. Oh. Oh, nein, nein, nein. Hier was ist denn? Können wir vorstellen, dass ich da hin gleich muss? Ein Türmeer. Ich bin da für Sauerei. Verdammt, normal. Schweine. Warum mit der Kreuze denn? Ach so, das ist schon da. Ich versuche mal, ob ich da drüben hin muss. Hier war ja nichts, ne? Licht an mehr. Spiegelstückchen da drüben. Nee. Auch nicht. Auch nicht. Hier was? Ja, mal im Schrank. Alter, eine Glotze. Schade. Zum Glück, die kommen ja hier nicht in die Bude hinterher. Da würde ich mal mit Blut aus der Wäsche gucken. Die ganzen Irre, ne? So, mal mal gucken, was da drüben los ist. Ach so. Only the lights. Goddamit. Die alte Seite ist schon. Was? Was ist das denn? Hm. Das wäre keine Bedrohung. Hallo? Nee. Och, kommen sie da schon wieder angegeiert, da, die alten Pfandgeier. Geschwinde. Bei mir gibt das nicht uns umsonst. Ja, also ich bin ja eigentlich kein Fan davon zu googeln, wo was zu finden ist aber in dem Falle. Ich glaube in dem Falle werde ich da mal eine kleine Ausnahme machen. Ich glaube in dem Falle werde ich da mal eine kleine Ausnahme machen. Jetzt tut er wieder so, ich kann nicht laufen. Da steht einer mit einem Knüppel hinter mir, was nicht menschlich ist, aber tut mir leid. Ich kann jetzt gerade nicht laufen. Ah, hier der sogenannte Spucker. Der Bücherwurm. Das ist sogar schon der Chef der Manege. So, und tschüss. Hier kommt ihr nicht mal, glaube ich. Alter, Geschwinde. Das ist jetzt so wieder diese untergekommene Bude hier. Ja, an der Stelle werde ich da einfach mal Schluss machen. Und ich könnte jetzt noch fünfmal mehr ums Haus laufen, noch zwei Mal mehr durch diesen alten Garten rennen. Und ich werde einfach mal Google fragen, bevor ich hier noch 20... Na, Kollege, kommen Sie rein? Und was macht sich die beiden ein gewünscht? Na, nimmst du wohl die Hände von der Frau? Hey, ey, 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 ey. Dann lässt sie sich erst mal bezerpsen. Du Scheiße. Na gut. Bevor ich noch 20 Runden mehr um die Häuser drehe oder Wind hier durch die ganze Scheiße laufe, werde ich da einfach mal nachgoogeln und in der nächsten Folge geht es dann weiter. Okay, auf jeden Fall danke fürs Zusehen, auch wenn die Folge jetzt nicht gerade so spannend war. Spannendste waren diese drei. Und hoffentlich schaltet ihr nächstes mal wieder ein. So. Tschüss.